Die beste Leichtathletikbedingungen, liebe Zuschauer, und ich glaube, es ist das beste Meeting, das wir hier gesehen haben mit Blitzhausen, auch von der Besetzung. Zwei Meeting-Rekorde haben wir, einer wurde eingestellt, und jetzt geht es nun den nächsten. Schauen wir uns erstmal den Tempo mal an. Simon Stützel hat sich in den letzten Jahren sukzessive entwickelt, über 5000 Meter, in diesem Jahr schon 1349 gelaufen, in den USA, unter 29 Minuten, über 10.000 Meter. Da waren mit Arne Gaves zusammen auf dem Zimmer, und da haben wir ja 55 in Stenford diese 10.000 Meter Barakka. Die beiden sind also vorn, also auch der Simon ist auf einem guten Weg, ob es dieses Jahr schon reicht für die EM-Teilnahme, 1335 ist die Norm für die Europameisterschaft, das wissen wir nicht. Arne Gavius hat gesagt, er entscheidet sich ganz spät, ob er 5.000 oder 10.000 läuft, beides ist für ihn möglich. Und wir schauen mal, wie sich die Zeit entwickelt, eine 62, die Angangszeit. Und für die Insider ist ja klar, man will auf 7,45 laufen, das heißt 2,35, die 1.000, der kommt dann genau auf die 7,45, das wäre 4 Sekunden besser als der Meeting-Rekord. Und Simon Stützel soll das Ganze leisten, 2,35 und dann 5,10. Und dahinter hat sich eine Gruppe gebildet, die das nutzen will. Marshall Kehr, 6. Position, bei anderen bin ich nicht so sicher, ob Sie wissen, was Sie da tun. Denn das wird jetzt richtig schnell, das kann das schnellste, denn in der Geschichte von 6.000 Jahren über 2.000 Meter. Arne Gavius selber hier schon mal 7,52 gelaufen, und heute wirkt es natürlich schneller. Wir klatschen schon mal rein mit unserem Maskottchen zur E-M 2014. Simon Stützel, Arne Gavius. Andreas Wolter mit dabei. Dann Moran Massine aus Marokko in der Spitzengruppe. Marcel Tee auf Platz 6, der hält sich da ein bisschen zurück. Er weiß, was das für ein Tempo ist. Wir kommen jetzt gleich zur 1.000 Meter Zwischenzeit. Angedacht waren 2,35. Wir haben jetzt 2,30. Alles wird nach Plan. Super Speed von Simon. 2,35. Also, es geht noch bei der Zeit um 7,45. Und das ist natürlich auch für die, die dahinter liegen bleibt. Warme 6,35. Und schauen wir vor allem Marcel Ehr an. Der versucht, er jetzt ganz gut zu halten. Der könnte hier einen riesigen Sprung machen. Wir klatschen schon mal rein. Wir brauchen Unterstützung. Auf all diesen Rücken. Schützel, Gavius, Rossane. Dann ist da noch Sebastian Rheinland dabei. Und der TSG 08, Röst. Und Andreas Wolter und Marcel Fedeh. Also, es kommt da vorne richtig zur Sache. Jetzt geht Andreas Wolter, der 3er Marikaner. Und er will die Lücke schließen. Der Marokkaner noch dabei. Sebastian Rheinland. Und dann Marcel Fedeh. Simon Stöcksel zieht das Ding hier durch. An der ersten Sitzung. Und wir gleich wieder zusammen. Ja, haben die die 10.000 Meter schön verdauert? Und es sind so, können wir schon 2 Wochen. Das ist die Frage. Ich höre nicht, 7.000. Kommt hier auf, ist die Wiel. Dann haben wir die 2.000 Meter Marke. Ja, das ist die 2.000 Meter Marke. Wenn wir in die nächste Runde hier gehen, dann haben wir die 2.000 Meter Marke. Ja, Simon Stöcksel macht das Ding. Ich bin jetzt gerade nicht angenommen. Jetzt geht Sebastian Reinhardt raus. Das war klar. Das war zu rückwürdig. Schöne Tempo hinein. Aber ich bin vor allem gespannt auf Marcel Fedeh. Was wir da machen. So, Siegerschütze ist für euch. Und das ist alles. Und das ist alles. Also erst heute. Dann Leo Aroufana. Er ist schon dabei. Nur an der Siege. Und Marcel Fedeh, liebe Zuschauer. Marcel Fedeh ist die große Überraschung für mich hier. Das Supertalent. Volle Ecke, liebe Fremd. Obst, vollett und krank. Und er hegt sich dran an den letzten deutschen Jager. Alle alle Garten. Wir kommen zur 2000-Meter-Marke. Wir haben ein bisschen Fahrt verloren. Jetzt haben wir 15. 15 Minuten 17. Also, hier geht es jetzt wahrscheinlich um den Sieg. Mit dem Rekord wird ganz eng. Andreas Reuter, takt sich da vorbei. Was er fiel jetzt auch. Vielleicht war ja die Regulation nach dem 2000-Meter-Arne noch ein bisschen schwierig. Jetzt sind wir das heute in Österreich da. Ja, wir haben in Österreich bereits durch die Rüstung und Kinder. Für alle Garten, die wir sind hier. Es läuft noch eine Zeit, um 57 Jahre zu. Und auch jetzt, das ist jetzt eine neue Rundung. Das wird auch in die Medien gekommen. Aber es wird eine Topzeit für andere Formen. Ja, und wenn das abgeht, dann müssen wir was tun hier. Wir haben noch zwei Runden. Andreas Reuter. Hopp, 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 hopp. Reuter, Gabius, Peer, Massime. Und da ist noch nicht klar, wer hier gewinnen wird. Alle haben eine Chance. Noch 600 Meter. 6,24. Und wir wissen, dass Marcel Fier auch ordentlich spritten kann, wenn er am Ende noch dabei ist. Der kommt von den 1500 Metern genau wie Volta. Und natürlich wird Arne hier noch gewinnen im Gliedsheisen. Das wird ein spannendes Rennen. Die letzte Runde gleich. Gliedsheisen, wo seid ihr? Reuter, Gabius, Peer. Auf geht es. Marcel Fier. Geht ihr mit dem Besten? Heute schon mal vor mit. Letztens war der Täter 25. Es wird kein Meeting gekocht. Das ist klar. Es geht um ihn zu. Jetzt geht Gabius fest. Gabius, vier, Volta. Jetzt kommt Volta. Arne Gabius, Volta. Marcel Fier. Kommt aus noch mal ein. Volta oder Gabius. Volta. Und der Marokaner knapp über acht Minuten. Und Marcel Fier. Sieben, vier und fünfzig. Verbessert sie um fünf Sekunden. Siegerzeit. Sieben, 53, 80. Das reicht nicht für die Top sechs. Also, aber so ist Sport. Das wäre ja auch langweilig. Es sind keine Maschinen. Man kann das nicht nicht informieren. Es war ein gut spannendes Rennen. Danke Marcel Fier. Danke Arne Gabius. Danke Andreas Volta. Eine super Demonstration für den Sport. Vielleicht noch ein Pfandball. Für diesen Tag hier. important. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus